Lächerlich alles hier, was bei euch passiert ist. Also so einen linken und falschen Menschen habe ich seit Jahren nicht kennengelernt. Wir saßen auf der Rückbank, aber sie hat sich natürlich an mich angemacht. Achso, ja und du hast nicht nein gesagt, oder was? Aber nimmst du mir jetzt nicht übel, ich kann da halt nichts für. Digga, das gibt's doch nicht. Ey, das ist einfach wirklich genau wie damals mit Flocke, mit dem was Off-Camp passiert ist, ne? Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Temptation Island Reaction. Hier auf diesem Kanal, heute zu der 11. Folge. Und damit sind wir hier bei der vorletzten Folge angekommen. Das bedeutet, wir haben nächste Woche noch eine Folge und dann natürlich noch das große Wiedersehen. Ansonsten zu der letzten Folge generell muss man nicht viel sagen. Nico komplett uneinsichtig, keine Reue gezeigt, keine Entschuldigung, gar nichts. Und er meinte, und das fand ich war eigentlich so das Krasseste wirklich nochmal daran, Er meinte ja auch noch, dass das, was er gemacht hat, sich gut angefühlt hat. Bereust du, was du getan hast? Er hört sich an, aber irgendwie hat sich gut angefühlt. Das ist das Problem. Und jetzt müsste es dann damit weitergehen, dass er wieder zurück in die Villa kommt. Dann wird das wahrscheinlich alles irgendwie rauskommen. Also die Jungs zum Beispiel, die wissen ja noch gar nichts davon. Hat er ja versucht, alles zu verschweigen. Ich finde auch, man hätte das denen eigentlich mal beim Lagerfeuer zeigen müssen, die Bilder. Damit die auch wissen, was da genau passiert ist. Und ja, ich sag mal so, sicher sein kann man sich ja bei denen irgendwie bei gar nichts. Aber ich würde fast sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch ziemlich geschockt gewesen wären. Oder vielleicht auch gleich sein werden. Je nachdem. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ansonsten, die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Lass gerne vorab ein Like und ein Abo da. Und damit, let's go. Hallo. Ihr seid nur zu dritt? Ja. Sarah denkt nicht mehr. Jetzt zweimal Geld. Wir haben uns die Jungs angeguckt. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann bei diesem Experiment. Und das ist eingetroffen. Und er hat noch gesagt, ach, das bereuen wir doch gar nicht. Und er meinte nur so, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe es nur danach Kontakt halten, hat er gesagt. Ich bin schockiert. Ich bin krank. Krass. Oben, Erschüttelfrost und alles, ihm geht es nicht gut. Ihr habt es gespürt? Wer hat es gespürt? Okay. Das ist irgendwie wirklich krass, dass es genau in dem Moment ist. Er hat sie betrogen. Bleibt im Klo. Man hat alles gesehen. Trifft Nico jetzt. Ich führe, als ob ich das gespürt habe. Kannst du dir vorstellen? Ich würde einfach krank. Als ob ich das gespürt habe. Ich habe so... Dieser Mensch, was ist das für ein Mensch? Ja, das Ding ist ja auch, er hat ja schon die ganze Zeit immer eine ganz besondere Verbindung zu ihr gespürt. Ja, also das wäre hier ein guter Fall für X-Faktor. Ich könnte jetzt auch schon anfangen zu heulen, weil ich weiß, was sie fühlt. Ich spüre das. Er soll sich wirklich schämen. Sie hat alles für ihn getan. Alles. Der ist nicht mal eine Familie, der Arme. Seine Familie hat ihn abgestoßen und ihre Familie hat ihn aufgenommen. Verstehst du? Also ich sage euch, irgendwas gibt es da noch, was wir aber nicht erfahren haben. Also irgendwas muss da wirklich bei ihm und seinen Eltern sein, weil das war ja beim Lagerfeuer auch schon, als Sarah meinte, ob er weiß, was es für ihn bedeutet, dass er jetzt obdachlos ist. Und ja gut, dass er zu Hause rausfliegen wird, so ja, okay, aber deswegen ist man ja nicht obdachlos. Und da habe ich mir auch schon so gedacht, irgendwie ein bisschen komisch. Es gab ja dann auch danach dieses Video, in dem Thorsten meinte, also Thorsten Legat, dass er ihm das verzeiht und da war Nico bei seinen Eltern. Also deswegen irgendwie, auch weil er jetzt wieder sagt, er wurde da abgestoßen und so. Ja, weiß ich nicht, ne? Irgendwas muss da sein. Oder war da vielleicht. Ich hoffe, das erfahren wir irgendwann noch. Vielleicht auch beim Wiedersehen, wäre eine gute Frage. Ich würde schämen, ich weiß nicht, er soll sich richtig schämen. Er ist weg. Oh nein! Ganz klar unerwartet, dass schon drei Männer wiedergekommen sind. Läscherlich alles hier, was passiert ist. Also so einen linken und falschen Menschen habe ich seit Jahren nicht kennengelernt. Nico? Ja. Wir finden dieses falsche Spiel komplett ***, was Nico abgezogen hat. Er hat gar nicht selber abgebrochen. Nein, sie hat abgebrochen. Frag dich mal, wieso sie abgebrochen hat. Frag dich mal. Wieso? Ja, was denn, was ist das Schlimmste, was ich sehen kann? Hat er mit, hat er mit, hat er mit, hat er mit den... Hä? Aber warte mal, ich, ich glaube, wir haben das aber nicht gesehen, dass die die Bilder auch gesehen hätten. Deswegen meinte ich ja auch vorhin, ne? Das hätte man denen eigentlich zeigen müssen. Aber der Stand oder so, wie wir es gesehen haben, wussten die eigentlich nicht, was passiert ist. Deswegen war ich schon kurz verwundert bei der Reaktion von Adrian. Ich habe schon irgendwie befürchtet, dass da jetzt was gegen Sarah kommt am Ende. Naja, das hätte jetzt wirklich noch gefehlt, aber eigentlich haben die das ja noch gar nicht mitbekommen. Aber scheinbar dann vielleicht doch. Hätte ich wirklich nie gedacht. Das ist wirklich krass, ja. Man kann eine Beziehung mit Küssen kaputt machen, mit Worten kaputt machen, aber direkt in das Bett zu steigen, in der Öffentlichkeit, mich übertrieben ab sowas. Ehrlich, also, geht gar nicht. Hat er gut zusammengefasst. Und man hat das auch schon so ein bisschen, ja, mitbekommen eigentlich, die drei, die waren ab und zu mal zusammen unterwegs, feiern oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da waren halt nur Adrian, Adam und Louis dabei, aber nicht Nico. Und da konnte man sich schon denken, so, irgendwie werden die wahrscheinlich nicht so gut auf denen zu sprechen sein. Muss ich sagen, finde ich auch gut, dass sie sich jetzt dabei von ihm distanzieren, weil, ja, letzte Folge zum Beispiel, da meinte Adam ja auch noch zu ihm mäßig, er hätte nichts falsch gemacht und so. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ne. Die Wahrnehmung von denen war manchmal wirklich ganz komisch. Aber vielleicht hat die das jetzt so ein bisschen aufgeweckt. Auf jeden Fall gut, dass sie jetzt nicht irgendwie noch weiter hinter ihm stehen. Fühlt sich nicht gut an. Ist halt einfach ein Gefühl, wenn ich jetzt weiß, dass ich hier bin und er muss gehen. Ich wusste, dass es passiert ist. Wieso habe ich nicht einfach meine Flüsse gehabt? Was hat er ihm erzählt? Steht er hinter seiner Freundin? Ja oder nein? Liebt er sie? Liebt er sie? Ja oder nein? Ja, klar. Wollte er alles für sie tun? Ja oder nein? Ja. Wollte er. Er hat seine Frau fürs Leben, sagt er. Ja, die sind ja alle keine Gefahr für ihn und dann einfach uns komplett das andere erzählen und uns dann quasi so in den Rücken fallen. Ich habe gemerkt, dass ich ein anderer Mann bin. Ja, ich habe mich, die Beziehung hat mir nicht gut getan. Genau. Und wir dachten, Digga, es ist gerade sein Ernst, was er hier gerade raushaut. Seit wann empfindet er so? Und was war das für auf einmal kompletter Mindswitch bei ihm? Also vielleicht hat er sich ja irgendwie in sie verguckt, dass er das deswegen... In zwei Tagen oder was? Ja. Ja, genau so ist es aber auch, ne? Oh, genau. Da kommt er ja jetzt. Ich habe es fast vergessen, aber jetzt kommt er ja dazu. Ey, Freunde, jetzt Popcorn holt. Wirklich. Das wird jetzt, glaube ich, auch richtig Beef geben bei denen. Ich hoffe, Adrian wird da jetzt mal auf den Tisch hauen hier. Na, das wäre jetzt geil. Stellt euch mal vor, er würde es immer noch versuchen, irgendwie so zu vertuschen. Er kommt gerade, er kommt. Was? Was? Ja, wieso? Warum ist er jetzt hier? Jetzt können wir ruhig. Guck, die küssen sich. Die küssen sich. Ja. Ey, das ist wirklich... Ich kann mir das gar nicht anschauen. Er kommt da rein, fast schon mit einem Grinsen im Gesicht. Und dann das Erste, was er macht, ist erst mal Siria zu küssen. Du hast alles gesehen. Er ist richtig erleichtert. Ich wusste letztens noch nicht, wie passiert das im Bad. Meine Lieben. Ja. Also ich, jetzt packe ich auch einfach aus. Ich glaube, das brauchst du nicht mehr. Aber nimmst du mir jetzt nicht übel. Ich kann da halt nichts für. Digga. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt sagt er auch noch, er kann da doch nichts dafür. Das ist wirklich unglaublich, ne? Das ist wirklich unglaublich. Mir war das klar, dass es genau so passiert. Und natürlich, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine wie die Siria hier noch kennenlerne. Er hat seine Freundin hintergangen, er hat die Frauen hintergangen, er hat die Männer hier hintergangen. Also das, was sich hier abgespielt hat, war einfach nur Fake. Also wirklich dieses Grinsen von ihm dabei, ne? Das triggert mich so unnormal. Ich muss auch wirklich ehrlich sagen, ne? Also es gab ja irgendwie Gerüchte, wer mit wem und hier irgendwie zusammen ist und so. Bei einigen von denen hier. Aber, also auch bei Adrian zum Beispiel. Dann bei, bei Charlene auch. Und ich weiß gar nicht, ob noch bei irgendjemandem. Aber, ich muss auch mal wirklich sagen, ne? Wenn Siria danach wirklich mit dem zusammen wäre, das würde ich auch überhaupt nicht verstehen. Also, wenn man jetzt sieht, was das für ein Typ ist und sich dann noch auf den einen lässt, auf jeden Fall darf man sich safe nicht beschweren, wenn dann, wenn einem dann dasselbe passiert. Und, ja, also muss ich auch ehrlich sagen, ne? Wenn man es wirklich macht, dann, dann ist einem auch irgendwie nicht mehr zu helfen. Den besten Menschen, den ich jemals gewinne. Ihre liebevolle Art, ihr schönes Ich, so Frauen gibt es nicht mehr auf der Welt. Weißt du, die auf alles achtet, auf jede Kleinigkeit, die einen Plan und ein Ziel hat. Ja? Und auch schon bereit ist für viele Dinge. Sie ist sehr erwachsen, Sarah. Sie ist kein Kind mehr. Und dann passiert ihr sowas mit einem, mit einem Kind. Nicht mit einem Mann. Ich muss da gerade einfach wieder an die Aussage denken von ihm. Das war auch zu geil. Da hat er so gemeint, die Sarah, die ist keine Maus. Die Sarah ist eine Frau. Oh Mann, ey. Ich sag's euch. Ich finde, man sollte Sarah da gar nicht rauslassen. Auch wenn das für sie zu Ende ist. Aber ich glaube, die wäre wesentlich besser aufgehoben mit den ganzen Leuten in der Villa. Als jetzt irgendwie alleine. Oder, ja, weiß ich ja nicht, wie das danach genau weitergeht. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall angenehmer. Für mich ist hier mit Temptation vorbei. Wenn Sarah geht, gehe ich auch. Und da bin ich jetzt gespannt, ob er das wirklich macht. Ich hab hier nichts mehr zu suchen. Ich hab hier nichts mehr zu suchen. Nico meinte ja, er hätte Gefühle für mich. Ob das dann im echten Leben auch so ist. Bin ich gespannt. Alter. Ja, da brauchst du nicht gespannt sein. Also, wie willst du denn da gespannt sein? Man sieht doch, dass das auch nach zweieinhalb Jahren bei ihm gar nichts heißen muss. So, natürlich hat sie da jetzt irgendwie auch die rosa-rote Brille auf. Aber ich sag euch ganz ehrlich, also in so einer Situation, wenn man da nicht, trotzdem, wenn da nicht die Vernunft gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Weil für Nico wäre das natürlich jetzt sehr willkommen, wenn er ähnlich wie Adix auch nicht alleine aus der Show geht. Und dann komplett alleine dasteht, sondern schon direkt eine neue Person hat. Und das wäre natürlich für ihn dann auch viel einfacher. Antonino geht es ähnlich wie Syria, nur zieht er andere Konsequenzen daraus. Also mir geht es gerade nicht so gut. Hey, meine lieben Leute, ich werde heute Temptation einen verlassen. Aus Respekt und Liebe zu Sarah. Und ich bin einfach dankbar, dass ich die Chance hatte, so einen tollen Menschen kennengelernt haben zu dürfen. Ey, da kommen mir gleich die Tränen hier, Freunde, ja. Nee, aber finde ich irgendwie gut, dass das wirklich auch macht. Weil viele haben ja schon mal auch gesagt, ja, oh, da gehe ich auch und hier und da. Dominik zum Beispiel, glaube ich, damals. Ich glaube, er ist da nicht gegangen. Aber, ja, irgendwie gut oder auch irgendwie schon so ein bisschen so ein Beweis, könnte man sagen, wenn er es wirklich macht. Bin ich auch mal gespannt, ob bei den beiden dann was ging. Ich glaube halt, an Sarah ihrer Stelle wäre ich da nicht bereit dafür, ne. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Für ihn würde ich es mir schon irgendwie wünschen, weil er scheint ja wirklich, wirklich ernste Absichten dabei zu haben. Oder jetzt, ach, keine Ahnung, Freunde, man kann doch sowieso keinem trauen. Aber ich würde es ihm wirklich nicht zutrauen, dass er auch sowas machen würde. Oder dass er es nicht ernst meint. Deswegen, ja, warten wir mal ab. Falsche Fuffe ist weg, ey. Das ist unglaublich, oder? Aber dem hat das ja gar nicht gejuckt. Das kann ich ja gar nicht glauben, was er gesagt hat. Wie der sich da in die Mitte gestellt hat und da so getan hat, als wenn für ihn ja jetzt ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Ja, so kam es wirklich rüber. Hat er jemals was für sie empfunden? Hast du denn für dich jetzt irgendwie gemerkt, dass du dich ändern möchtest? Nee, also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin wirklich für mich fein. Und ich weiß auch, dass sie damit kein Problem hat. Weißt du, was ich meine? Das Blöde ist halt dabei, es ist halt wirklich genau die Parallele zu dem, was Nico meinte, ne. Der meinte ja immer genau dasselbe. Er ist mit sich im Reinen. Ja. Boah, das wird wirklich spannend, wer da am Ende noch mit wem zusammen ist. Erzähl uns erstmal, was in dir überhaupt vorgeht. Also ich hab ehrlich gesagt mit schlimmeren Bildern gerechnet. Der wird dann zu dir sagen, ey Charlene, hast du mal deine Bilder geguckt? Ist doch normal, dass ich das mache. Ja gut, mittlerweile kriegt der auch krasse Bilder von mir. Ja, aber der wird zu dir. Aber denkst du, dass du glücklich mit ihm bist und du hier rausgehst? Denkst du, dass du dann glücklich in einer Beziehung bist? Eigentlich nicht. Ja, das Ding ist ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, was da alles war, ne. Also es geht ja nicht nur um die Bilder, wenn er da jetzt irgendwie, ich sag mal, vielleicht der ein oder anderen Person etwas näher kam. Aber es geht ja auch um so Dinge wie, dass er sie immer runtergemacht hat, wegen ihrem Äußeren und so. Und das wird ja auch nicht weggehen. Also selbst wenn das vielleicht erstmal besser wird, glaube ich nicht langfristig, dass das, dass sich das in Luft auflösen wird. Ja, deswegen glaube ich wirklich, bei ihr wäre das auf jeden Fall auch besser, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht so weit gegangen ist wie Nico. Das darf man jetzt natürlich halt dann auch, oder die anderen Sachen darf man dadurch halt dann auch nicht relativieren, ne. Also das bei Nico ist halt schon, der hat den Maßstab einfach gesprengt. Und auch wenn man nicht so weit oben ist wie er oder den nicht auch sprengt, dann kann das schon trotzdem auch viel zu viel sein, was man macht. Der Temptation-Sound ist gekommen. Liebe Männer, eure Zeit bei Temptation-Island, die neigt sich dem Ende zu. Aber jetzt gibt es natürlich noch das große Highlight. Die Temptation-Dates. Adrian, deine Verführerin. Melissa, Anastasia und Laura werden die letzten Stunden nur für Dichter sein. Ach krass, okay, mit drei. Da freut er sich bestimmt. Das war ja sonst immer nur mit einer Person, aber jetzt scheinbar direkt mit dreien. Tja, schade, dass Justina nicht mehr dabei ist, ne. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Date mit den drei heißesten Frauen und ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Ja, ich hoffe natürlich, er meint hier in der Villa, ne. Und nicht allgemein. Aber was denkt ihr denn? Wird da noch irgendwas passieren? Ich glaube nicht. Mal gucken auch, ne. Wie viel ich davon überhaupt reinschneide. Das war jetzt auch vorhin bei den ganzen Partyabenden und so. Jetzt nicht so spannend. Deswegen mal gucken, wie viel Interessantes da noch kommt. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas noch passiert. Also das wäre jetzt natürlich schon krass. Sehr krass. Adam, ich weiß, du zählst jede Stunde, bis die Zeit hier endlich vorbei ist. Aber es wartet eine Überraschung auf dich, die es so bei Temptation Island noch nie gegeben hat. Okay, was kommt jetzt? Du wirst auf deinem Date einen ganz besonderen Menschen treffen, der dein Herz definitiv höher schlagen lässt. Louis, Temptation Island war für dich mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Heute wirst du jemanden treffen, mit dem du hier definitiv nicht gerechnet hast. Ja, das klingt auf jeden Fall nach jemanden aus der Familie. So wie bei Chi-Chi damals vielleicht. Ja, das bei Adam, da bin ich mal gespannt. Also das kann dann nichts mit Familie sein oder mit Freunden, weil das gab es ja schon mal. Das muss dann irgendwie irgendwas noch krasseres sein, oder? Ähnliches gibt es natürlich auch hier. Charlene, auf deiner Reise bei Temptation Island war Michael von Anfang an an deiner Seite. Bei eurem heutigen Date werdet ihr euch überwinden, um euch dann schlussendlich fallen zu lassen. Lorraine, auf dich wartet eine Überraschung, die es so bei Temptation Island noch nie gegeben hat. So viel sei gesagt, dein sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung. Hä, wie krillig. Ey, das klingt wirklich mega vielversprechend. Was hast du denn größer Wunsch? Weiß ich ja nicht. Ja, ich bin echt maximal befordert. Ich weiß echt nicht, was auf mich zukommt. Vielleicht kriegst du jetzt ein Date mit Adam und der macht dir einen Antrag. Ja, das wäre krass. Mein sehnlichster Wunsch war ja, den Adam zu heiraten. Aber ich glaube nicht, dass das hier passiert. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, was ich mir sonst wünschen würde. Oh ey, das wäre ja, wenn das wirklich... Stellt euch das mal vor. Boah, also jetzt bin ich aber richtig gehypt da drauf. Jetzt werde ich schon enttäuscht sein, wenn das nicht wirklich passiert. Weil das gab es wirklich noch nie. Einen Antrag bei Temptation. Oh, das wäre schon wirklich krass. Tatum, du hast deine Beziehung in Frage gestellt und Rat gesucht. Heute wirst du jemanden treffen, der dir dabei definitiv eine gute Stütze sein könnte. Ja, klingt nach einer Freundin, würde ich jetzt mal sagen. Es geht, es geht. Was machst du hier? Ja, was machst du hier? Hi, ich bin Flo, ich komme aus Hamburg und ich bin der beste Freund von Luis. Und ich bin jetzt hier, um ihn zu überraschen. Hey, Ari, komm. Komm her, komm her, komm her. Das ist bestimmt die Schwester oder so. Ich bin Kim, ich bin die Mama von Tatum. Ey, das ist aber ein Kompliment jetzt, ja? Die Mom, okay, krass. Ja, das gab es auch noch nicht, ja? Aber lustig, dass ich einfach gerade meinte, die Schwester. Luis kommt mit Tatum oft zu Besuch und wir haben dann immer eine super Zeit miteinander. Ich finde auch, die beiden sind ein tolles Paar. Die geben sich sehr viel. Ich habe wirklich zu keinem von den Männern jetzt in der Villa so eine krass emotionale Bindung aufgebaut. Also klar, man hatte ja seine Bezugsperson. Ja. Im Gegensatz zu Luis habe ich nicht das gemacht, was die meisten verletzt eigentlich. Okay, hat sie mit einem anderen Typen rumgemacht? Nee, sie hat einen anderen Typen mit ins Bett eingeladen. Und man hat dann auch eine Zwischensequenz gesehen, wie ein komplett anderer Typ sich dann neben sie gelegt hat. Ich und Tatum haben jetzt nicht das innigste Verhältnis, einfach aufgrund der Distanz Hamburg-Berlin. Aber immer wenn ich sie erlebt habe, war sie eigentlich eine eher schüchterne und zurückhaltende Person. Und das hat mich persönlich auch sprachlos gemacht, schockiert. Das ist natürlich schon für dich in dem Moment, weil sie dich natürlich sehr, sehr schlecht darstellen lässt, zumal das kann dann ja ganz Deutschland sich angucken. Ja, wie gut, dass sie sich da halt nicht viel nehmen, ne? Oder eigentlich die Bilder, würde ich mal sagen, von Luis wahrscheinlich eher die schlechteren sind, wenn die gezeigt werden. Oder wenn das ganz Deutschland sehen kann. Oder zumindest vielleicht Bilder sind, die man auch nicht möchte, dass ganz Deutschland sieht. Aber ich glaube, bei denen wird es ein gutes Ende nehmen. Ja, glaube ich nicht, dass die hier nach nicht mehr zusammen sind. Auch wenn ich es absolut nicht gedacht hätte. Also wirklich nach der ersten Folge hätte ich auch schon gesagt, ey, niemals. Das wird nichts mehr. Aber ich glaube, bei denen wird das schon was. Im Bett ist der höchstintime Bereich für mich. Und in meinen Augen ist das einfach schon fast mit Fremdgehen gleichzusetzen. Dann gucken wir aber rein in das Abschlusslagerfeuer. Du hast ja von Anfang an gesagt, dass dir eine Sache ganz besonders wichtig ist. Und zwar, dass du mit Tatum zusammen an der Beziehung arbeitest. Meinst du, sie will das auch? Ich gehe felsenfest davon aus, dass sie mit mir zusammen an der Beziehung arbeiten möchte, ja. Ich bin auch mal gespannt, wie jetzt das Aufeinandertreffen sein wird. Also es gibt schon mal eine Umarmung. Und so einen halben Kuss. Das ist jetzt schon mal nicht das schlechteste Zeichen. Also sie meinte aber auch gerade, dass sie hofft, dass sie mit ihm zusammen rausgeht. Ihre Mom hat es auch ziemlich gut erkannt. Ihr wisst ja, ich muss auch immer ein bisschen was rausschneiden. Die meinte halt, dass man sich auch in dieser Isolation dort immer automatisch eine Bezugsperson sucht. Und ja, das finde ich war auch ein guter Punkt. Also ich glaube, wie gesagt, bei den beiden, die gehen hier zusammen raus. Ja, ist ungewohnt los jetzt wiederzusehen, aber fühlt sich auch natürlich gut an. Ich habe ihn ja auch vermisst. Es gab Bilder von einer Nacht, wo gezeigt wurde, wie mindestens ein Mann im Bett war. Und du warst dir ziemlich sicher, dass es dabei um Louis geht. Also man hat es ja nicht richtig gesehen, aber mit den Bildern vorher... Der Blick schon von ihm. Hast du eine Ahnung, wovon sie redet? Ich habe, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Mein Bett war von Anfang bis Ende tabu. Ich kann dich auf jeden Fall erleichtern. Okay. Louis war es nicht. Ich dachte, ich habe deine Arme gesehen. Nie im Leben. Dann gibt es jetzt eigentlich nur noch das Problem, dass er sich bei ihr ja nicht verschaut hat. Was heißt, du willst mich? Ja. Da hattest du richtig Bock, ne? Ich muss sehen. In gar keinen Fall. Hast ja nur jeden Tag einen runtergeholt. Geil. Okay. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Das war morgens. Ich habe da nicht geschlafen. Ich habe bei Shaline geschlafen. Dann ist es halt einfach ein W***er, der mich nicht verdient hat. Und dann, eigentlich will ich ja, dass Deutschland sieht, dass er einen H***er ist. Köln. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das noch mit Syria sehen, was sie über dich gesagt hat. Wir gucken noch mal rein. Okay, was meint sie jetzt genau? Die machen sehr viel, die Jungs, hinter der Kamera, weil man weiß ganz genau, da sieht man nichts, man hört nichts. Ah, oh, ja, das ist natürlich... Als wir heute ins Auto gestiegen sind, war es erstmal ein bisschen ruhig. Aber ich habe schon gemerkt, dass Luis sich so an mich rangemacht hat. Und ich auch an ihm. Und ich gucke ihn so an und er sagte so zu mir, ja, du machst mich richtig heiß. Ich halte es hier fast nicht aus. Blablabla. Er kennt seine Grenzen überhaupt nicht. Ey, ich habe das vollkommen vergessen, ne, die Bilder. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass das nach Adrian klingt. Oder dass ich es vielleicht mit ihm im Zusammenhang gesehen hätte, aber nicht bei Luis. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist halt natürlich... Oh, wenn da keine Kameras sind und so. Und dann so eine Behauptung. Die könnte man auch einfach mal so raushauen, obwohl da gar nichts dran ist. Das will ich jetzt nicht sagen, dass es so ist, ne, aber wenn es keine Kameras gibt, dann werden wir das auch nie erfahren. Das hat mir nämlich alles gegeben. Als ich das gehört habe... Kann ich verstehen. ...habe ich hier gesessen und richtig geheult. Ja, ich kann das verstehen. Ah, das ist alles gelogen, was sie sagt. Alles ist gelogen. Wir saßen auf der Rückbank, aber sie hat sich natürlich an mich angemacht. Ach so, ja, und du hast nicht Nein gesagt, oder was? Das ist also alles jetzt gelogen. Ich glaube nicht, dass die Verführer dann hier lügen. Luis, warum sollte diese Verführerin lügen? Um uns natürlich in einem schlechteren Licht darzustellen. Dann sag uns gerne mal, was im Auto genau passiert ist. Naja, wir haben... Ey, das ist einfach wirklich genau wie damals mit Flocke, mit dem, was Off-Camp passiert ist, ne. Wobei das ja von denen nur inszeniert war. Ja, um Tommy irgendwie hochzunehmen. Aber es ist immer wieder lustig, was es so für Parallelen gibt, ne. Von Show zu Show. Ich sag euch auch ehrlich, das Einzige, ja, was hier noch fehlt in dieser Staffel, wäre, dass Nico und Sarah nicht hätten gehen müssen, sondern vor allem Nico doch ein Abschlussdate mit Serie gehabt hätte. Ey, das wäre auch... Das wäre auch nochmal komplett asozial geworden. Und wahrscheinlich sogar noch schlimmer als das von Alex und Vanessa damals. Aber da bin ich echt froh, dass es das nicht gibt. Weil das hätte ich wirklich nicht sehen wollen. Wirklich nicht. Wir haben auf der Rückbank gesessen und sie war in meinem Arm. Aber mehr ist da auch nicht wirklich gelaufen. Also hat sie nur bei dem Arm gesessen, das war's? Ja, naja, sie hat versucht, sie hat natürlich immer so gekrault. Ach so, ach so. Das habe ich doch gesagt. Sie hat versucht, nicht zu verführen. Natürlich. Klar müsste ich ihm jetzt glauben, aber ich fand die Erklärung jetzt auch nicht so überzeugend, muss ich dir ehrlich sagen. Weil erst hieß es, da ist gar nichts gelaufen, dann hast du sie doch in den Arm genommen, dann hat sie doch dein Bein gekrault. Also ganz ehrlich, zu 100 Prozent glaube ich das jetzt nicht. Nein. Nächstes Mal bei Temptation Island. Ich bin auch reingegangen, um allgemein über die Beziehung so nachzudenken, weil wir auch so im Alltag viele Schwierigkeiten haben. Und ist nicht so. Was du da gemacht hast, ist unter aller Sau. Ja, also da können wir wirklich gespannt sein, Freunde. Ist schade, dass wir das bei Tatum und Louis jetzt nicht erfahren haben, wie es jetzt weitergeht. Aber das ist natürlich schon wirklich, das ist eine Situation, da will man einfach nicht drinstecken. Da kannst du ja eigentlich auch nicht mehr rauskommen. Also das liegt jetzt wirklich an ihr. Entweder sie sagt, okay, egal was da war, selbst wenn das so stimmt und so, ist egal, verzeih ich ihm. Aber wenn sie es halt nicht tut, ist es auf jeden Fall noch nicht sicher bei denen. Krass. Hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Das war es hier mit der elften Folge, Freunde. Wir sehen uns natürlich nächste Woche mit der zwölften Folge und auch den restlichen Abschlusslagerfeuer und Date. Abschlusslagerfeuern und Dates. Ich glaube, das war jetzt richtig, oder? Und natürlich sehen wir uns auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin und ciao.